Musik Was sehr kort ist, aber trotzdem alle wichtige Informationen erhalten. Ein YouTube-Channel soll sich an einem bestimmten Zeitplan erhalten. Musik Ja, dass er sehr informativ ist, aber trotzdem noch interessant und lustig zu schauen. Musik Einfach lustig sein, dass man mit dem Wohnheim nicht versteift oder da zu sitzen. Musik Musik Es gibt viele Projekte, um die Schule intern zu machen. Ein Intro machen vielleicht. Ich bin eidlich für den Unterricht. Ich erzähle immer mehr Inhalte. Ich zeige, wie schön unsere Schule ist mit den verschiedenen Gebäuden und Umgebungen und die verschiedenen tollen Lagen, die es gibt. Gute Qualität. Es muss Animationen haben, Musik. Es muss unterhaltend sein. Es muss aufbesseln. Es muss aufbesseln. Ich mag das auch nicht. Es muss aufbesseln. Es muss uns die schöne Kante geländen sein, oder so. Es muss dann auf dem YouTube-Kanal, so. Es muss es auch mit Lehren parodien machen. Es muss dann auf dem YouTube-Kanal machen. Es muss vorher schon bei mir klammern. Es muss man auch einmal lernen. Es muss auch bei ihnen lernen. Es muss nicht lernen. Es muss nicht lernen. Es muss nicht lernen. Es ist viel Spaß. Danke schön.